Tyn Jedwai 28. November 1995 in Zagreb, ist ein kroatischer Fußballspieler. Der Abwehrspieler steht seit der Saison 2014-15 beim deutschen Bundesligisten Bayern 04 Leverkusen unter Vertrag. Er ist der Sohn des ehemaligen Fußballspielers Zdenko Jedwai. Karriere Verein Jedwai begann seine Karriere bei Enkazada, bei dem er Scouts von Dynamo Zagreb auf sich aufmerksam machte, die in 2005 in die kroatische Hauptstadt holten. Nach acht Jahren in der Jugend von Dynamo rückte er Anfang 2013 in den Profikader auf und unterschriebenen bis 2020 laufenden Vertrag. Er war dort seit dem Weggang von Domagoj wieder zu Dynamo Kiev Stammspieler. Beim Rückrundenstart gegen Enkazada gab er sein Debüt und überzeugte im Laufe der weiteren Saison. 2013 stand er mit der Mannschaft fünf Spieltage vor Saisonende als kroatische Meister fest. Zur Saison 2013-14 wechselte Jedwai zum italienischen Erstligisten AS Rom. Er unterschrieb einen bis 2016 laufenden Vertrag. Am 12. Januar 2014 debütierte er beim 4-0-Sieg über den CFC Genua. Er stand während der Saison zwar regelmäßig im Kader, kam aber nur noch am letzten Spieltag, wiederum gegen Genua, zu einem weiteren Einsatz, den er allerdings in der Startformation und über die gesamte Spieldistanz bestritt. In der Sommerpause 2014 wurde Jedwai für zwei Jahre an Bayer 04 Leverkusen ausgeliehen. Sein Pflichtspieldebüt für Bayer 04 Leverkusen gab er am 15. August 2014 beim 6-0-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den sechstligisten SV Alemannia Wald-Algesheim. Sein Debüt in der Bundesliga gab er am 23. August 2014 beim 2-0-Sieg am ersten Spieltag bei Borussia Dortmund. Nach 14 Ligensätzen, in denen er zwei Tore erzielte, wurde er im Januar 2015 fest verpflichtet und mit einem bis zum 30. Juni 2020 laufenden Vertrag ausgestattet. In der Champions League kam Jedwai zu drei Einsätzen, in der Bundesliga zu 22 Einsätzen und zwei Toren. In der Folgesaison schied Bayer 04 Leverkusen in der Champions League nach der Gruppenphase aus, belegte allerdings Platz 3 und spielte somit in der Europa League weiter. Dort kam Jedwai zu drei Einsätzen. In der Liga spielte er wegen langer Verletzungszeiten nur 15 Mal. Am 15. April 2017 sah Jedwai im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern München in der 59. Spielminute nach einem Foulspiel an Thomas Müller die gelbrote Karte und musste in seinen 51 Bundesliga-Partien bereits den dritten Platzverweis hinnehmen. Er wurde damit im Alter von 21 Jahren und 138 Tagen zum bis dahin jüngsten Bundesligaspieler, der in dieser Häufigkeit des Feldes verwiesen wurde. Sein Vertrag bei der Werks-Elf läuft bis 2023. Nationalmannschaft Jedwai durchlief von der U15 an mit Ausnahme der U20 alle Jugendmannschaften des kroatischen Fußballverbands. Am 4. September 2014 gab er bei einem 2-0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Zypern sein Debüt für die A-Nationalmannschaft. Für die EM 2016 in Frankreich wurde Jedwai in das kroatische Aufgebot berufen. Er kam nur im dritten Gruppenspiel gegen Spanien zum Einsatz und absolvierte dieses über die komplette Spielzeit. Kroatien schied nach dem Achtelfinale aus dem Turnier aus. Bei der WM 2018 in Russland wurde Jedwai mit Kroatien Vize-Weltmeister, er wurde jedoch einzig im letzten Gruppenspiel gegen Island eingesetzt. Kroatien verlor das Finale gegen Frankreich.